Am Ende angekommen, am Ende dieses Jahres, mit allem, was es in sich hielt, dem Schönen und im Schweren, in der Zwischenzeit, zwischen den Jahren, zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Zuversicht und Ungewissheit, zwischen Sorge und Vorfreude, aufbrechen in ein neues Morgen. Ich weiß nichts von der Zukunft, aber ich hoffe auf dich, Herr. Ich weiß, meine Zeit steht in deinen Händen. Ich weiß, meine Zeit steht in deinen Händen. Ich weiß, meine Zeit steht in deinen Händen. Am letzten Tag dieses Jahres halten wir Andacht, im Vertrauen auf Gott, der unsere Zeit in seinen Händen hält, in der Hoffnung auf Jesus Christus, der auch die Brüche in unserem Leben heilt und in der Gewissheit des Heiligen Geistes, der uns Zukunft und Hoffnung schenkt. So feiern wir in seinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten. Barmherziger Gott, wir blicken zurück auf dieses Jahr. Wir danken dir für all das Gute und Schöne, das wir erleben durften, für das Glück, das du uns erwiesen hast. Wir wissen aber auch, wir haben Möglichkeiten verstreichen lassen und vieles nicht getan, was wir hätten tun sollen. Für das bitten wir dich um Verzeihung. Wir mussten Abschiede nehmen von Altvertrauten, von Menschen, die uns lieb waren. Alles, was uns schmerzt und was wir kaum aussprechen können, bringen wir heute vor dich. Berge es bei dir. Wir bitten dich, geh du nun auch mit ins neue Jahr, mit deinem Schutz und deinem Segen. Begleite uns, dass es ein gutes Jahr werden möge. Amen. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Da liegt so ein Knistern in der Luft, voll gespannter Vorfreude und erwarteter Spannung. Was kommt, was wird. Sehnsüchtig geht der Blick nach vorne. Noch ist so vieles möglich. An der Schwelle, an der Grenze zum Neuen. Noch. Doch mit jedem Schritt hinein ins Ungewisse wachsen die Unsicherheiten und die Sorgen und die Ängste. Und immer öfter erwischen sie sich, wie ihr Blick zurückgeht auf das, was geblieben ist. Auf das, was vielleicht nicht mehr wiederkommt. Und mit diesem Blick kommt die Wehmut. Kommen die Fragen, kommen die Zweifel. Ist das, was da kommt, wirklich das, was besser ist? Und damit kommen Unsicherheiten, Fragen und Sorgen. Der Herr aber ging vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, sodass sie Tag und Nacht gehen konnten. Nie wich am Tag die Wolkensäule, noch bei Nacht die Feuersäule von der Spitze des Volkes. So wird es im zweiten Buch Mose vom Volk Israel erzählt. Israel, die nun endlich den Aufbruch gewagt hatten. Hinaus aus einem Land, hinaus aus einem Leben, das nicht lebenswert war. In dem sie klein gehalten und niedergedrückt wurden. Hinaus in die Freiheit, hinaus in eine neue Zukunft. Gut hatte das geklungen und mit Jubelliedern waren sie ausgezogen. Doch mit jedem Schritt hinein in die Wüste kamen sie zurück. Die Unsicherheiten und die Zweifel und die Fragen, war es denn wirklich so schlimm? Was soll da kommen? Und mit den Unsicherheiten und den Zweifeln kommt auch die Angst vor dem, was kommt. Und die Angst ist kein guter Reisebegleiter. Und doch, sie sind nicht alleine auf ihrem Weg. Da wird erzählt, Gott ist mit ihnen. Am Tag in einer Wolken und des Nachts in einer Feuersäule. Zieht immer vor ihnen her. Ist der Erste in der Fremde. Geht ihnen voran. Leuchtet ihnen in der Nacht den Weg. Und das reicht vielleicht nicht, um alle Unsicherheiten und alle Zweifel zu beseitigen. Aber es reicht, um jeden Tag weiterzugehen und jede Nacht. Es reicht, um jeden Tag einen Schritt vor den nächsten zu machen und sich zu trauen, weiterzugehen. Im letzten Jahr habe ich diese Geschichte oft und wehmütig gelesen. Wie sehr hätte ich mir das gewünscht. Eine Feuersäule, die mir den Weg weist. In diesem Jahr, in dem so vieles so anders geworden ist. In dem ich so oft das Gefühl hatte, die Dinge, die mir so vertraut waren, rinnen durch meine Hände. In einem Jahr, in dem auf einmal sicherster Grund verloren ging. Und vieles, was einst so vertraut war, auf einmal so fremd schien. In dem ich mehr Recht als schlecht durch die Gegend gestolpert bin. Und so oft das Gefühl hatte, damit doch noch in die Irre zu gehen. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt. Nach einer Feuer- oder Wolkensäule, die mir vorangeht und sagt, geh ruhig weiter. Und jetzt, jetzt an der Schwelle zum neuen Jahr, es ist doch auch nicht besser. Diese Unsicherheit und Ungewissheit, was da kommt, wie es weitergeht, was werden wird. In diesem neuen Jahr 2021, an dem wir uns im letzten Jahr so sehr festgeklammert haben. In diesem neuen Jahr, da wird alles wieder anders. Alles wieder, wie es früher war. Und jetzt? Meine Sehnsucht ist groß. Nach einem Leuchtzeichen, nach einer Feuersäule in der Nacht, die mir den richtigen Weg weist. Die mir Mut macht. Ein Wegweiser, der sagt, geh bloß voran. Die Richtung stimmt. Auch wenn die Unsicherheit da ist. Auch wenn der Boden wankt. Auch wenn die Zweifel kommen und die Ängste. Geh bloß voran. Fürchte dich nicht. Es wird schon gut werden. Doch da ist keine Wolken und auch keine Feuersäule. Und doch, in diesen letzten Dezember-Tagen, Da klang auf einmal eine leise Stimme an mein Ohr. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Macht euch auf. Geht weiter. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Und Gott ist nah. Auch wenn sich das vielleicht nicht immer so anfühlt. Gott ist schon da. Da ist keine leuchtende Feuersäule. Aber da ist ein heller Stern, der aufgegangen ist und der den Weg weist. Fürchtet euch nicht. Geht weiter. Es ist ein guter Weg. Und Gott, Gott geht euch voran. In diesem Sinne erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir halten für, bitte. Ewiger Gott, wir gehen in ein neues Jahr. Wir wissen nicht, was es bringt, aber wir hoffen auf Tage voller Licht und Zuversicht, auf Begegnungen, Menschen und Erlebnisse, die uns lächeln lassen. Aber manchmal zögern wir vor dem Unbekannten. Wir bitten dich, bleibe du bei uns. Ewiger Gott, wir gehen in ein neues Jahr. Wir schauen zurück. Wir sind noch nicht bereit, alles hinter uns zu lassen. Erinnerungen, Momente, Gedanken halten uns. Sei du uns nahe, gerade in unserem Zögern, in unserer Trauer, in unserer Angst. Wir bitten dich, bleibe du bei uns. Ewiger Gott, wir gehen in ein neues Jahr. Vieles wird bleiben, wie es war. Hilf, dass wir nicht resignieren, dass wir nicht müde werden. Wir bitten dich, stärke uns, dass wir es immer wieder wagen, neue Wege zu gehen, mitzuwirken an einer gerechten, lichteren, friedlicheren Welt. Mache unsere Herzen neugierig für das, was da kommt und weit. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist es reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in das neue Jahr, mutig und voller Vorfreude und gestärkt mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr las leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Amen. Musik Musik